Trost News! Trost News! Hier ist 105 im Free Radio, der 50-50-Mix am Dienstag. Heute der 6. Oktober. Heute in einem Monat übrigens läuft der neue James-Bond-Film. Seit einem Tag. Und es geht ja jetzt schon um die Nachfolge von Craig David, äh von Danny Craig. Und Danny Craig bringt jetzt eine völlig neue Variante in das Spiel. Und sagt, wie wäre es mal mit einer Jasmine Bond? Ach. Also mit einer weiblichen James-Bond-Darschettung. Das ist ja eine schöne Idee. Ja. Ich habe darüber nachgedacht. Ich finde das auch gar nicht so schlecht. Das wäre übrigens der erste James-Bond-Film, in dem der ersten Martin nicht bei der Verfolgungsjagd, sondern beim Einparken zerschrottet wird. Das ist... Warte auf. Einen habe ich noch. Verschieß nicht dein Pulver jetzt. Ich hätte auch schon einen Titel. Das wäre das Remake von Golden Eyeliner. Jetzt los, ich dich drauf prügeln. Ich habe noch einen. Ich habe noch einen. Ah ja, komm. Ihre Pistole ist eine Waltraud-PKK. Acht Minuten Fahrt-Dur. Hier ist 105 im Sprayradio mit Ron and Keating. Und live is a roller coaster. Hey, baby. Trus News. Täglich bei Jochen Trus am Morgen und auf sprayradio.de.